moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch eine neue geleakte herausforderung der aquaman woche 2 zeigen und zwar müsst ihr bei dieser herausforderung auf deadpools jacht die sich übrigens hier hinten befindet leute drei schwimmflüge von deadpool finden wo ihr diese schwimmflüge findet und den schnellsten weg den zeige ich euch jetzt kommen wir zum schwimmflügel nummer eins der befindet sich hier leute am boot ganz hinten ich werde euch noch mal ein foto einblenden von jeden schwimmflügel damit ihr so einen überblick habt wo genau der steht und wie genau das aussieht ja gehen wir weiter zum schwimmflügel nummer zwei ihr geht einfach geradeaus durch leute einfach immer geradeaus hier runter durch die tür wenn ihr durch diese tür geht dann direkt links neben den greenski neben den greenski ist dann der nächste schwimmflügel wenn ihr den eingesammelt habt geht ihr einfach weiter leute geradeaus weiter hier raus und der nächste schwimmflügel genau ist hier oben geht in diesen container rein markiere ich euch mal ziemlich weit rechts ja und hier befindet sich dann der nächste schwimmflügel das waren dann alle drei schwimmflügel leute ich hoffe euch hat das video gefallen ich hoffe ich konnte euch helfen falls ja dann lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und ja ansonsten bis zum nächsten mal ciao